In den heutigen Vivi News ein großer Trauerfall in der Community und ein wirklich starkes Mitglied der Community ist leider von uns gegangen. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die Daten an zum Soulstone Drop. Wie viele Collectibles wurden dort schon insgesamt geburnt und was für Collectibles. Außerdem sehen wir noch die nächsten Robocop NFT Dropper Vivi. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall hier nochmal den Infinity Gauntlet NFT Drop an und noch sehr viel mehr Daten. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du daraus definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einem weiteren Video mit einer Menge, Menge Infos und auch Daten mit dabei. Deswegen jetzt auf jeden Fall dranbleiben und wenn dir mein Channel gefällt, dann abonnier den auf jeden Fall sehr gerne. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Ja und zum Start des Videos muss ich leider mit einer sehr, sehr traurigen Nachricht anfangen. Das hat uns vorhin etwa zwei Tagen erreicht, dass Frank Korsik leider verstorben ist. Ist ein wirklich, meiner Meinung nach, sehr begabter Künstler. Ich selber bin auch Fan von seiner Kunst. Und ja, er ist leider verstorben vor, wie gesagt, zwei Tagen. Ein, ja, wirkliches Trauererlebnis, muss man wirklich so sagen. Für mich persönlich auch gewesen. Ja, nichtsdestotrotz, es geht auf jeden Fall weiter. Es wird wahrscheinlich noch einige Sachen von ihm auch auf Vivi geben, die einfach schon vorproduziert sind. Nichtsdestotrotz stellt natürlich hier sein Tod auch das Ganze in den Schatten. Er war auf jeden Fall auch einer mit, einer der Künstler, die ganz am Anfang mit dabei waren. Mein persönlich erster Drop, den ich überhaupt gemacht habe auf der Vivi App, war seiner. Und an dieser Stelle wirklich ein großer, großer Part der Vivi Community. Und jetzt müssen wir uns leider von ihm verabschieden. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es wird wahrscheinlich auch noch Jobs geben von ihm auf Vivi. Das heißt, für die Leute, die auch seine Kunst mögen, die kann ich an dieser Stelle beruhigen. Es wird noch ein bisschen was von ihm geben. Aber es wird, ja, in Zukunft nicht mehr allzu viel von ihm geben, was natürlich das besonders macht, was er bis jetzt schon geschaffen hat. Und das ist meiner Meinung nach nicht nur, weil er jetzt verstorben ist, besondere Dinge, sondern das künstlerisch einfach extrem schöne und kreative und lebhafte Dinge sind, meiner Meinung nach. Schauen wir uns als nächstes ein paar Daten an, und zwar nämlich zum Soulstone Crafting. Und hier wurden bis jetzt insgesamt knapp 10.000 Collectibles geburnt. Am meisten war hier tatsächlich der Holiday Groot, der gelitten hat mit 1.600 Burns. Das Ganze ist aber tatsächlich schon auch wieder hier zwei Tage alt. Bis jetzt werden wahrscheinlich noch mal einige Collectibles mehr geburnt worden sein. Ansonsten Elektra war hier mit 1.437 die nächste und als nächstes dann Invisible Woman mit knapp 1.400 Stück. Wir sehen natürlich hier eine kleine Anzahl von Burns. Ich glaube aber nicht, dass es langfristig gesehen einen sehr großen Einfluss haben wird auf den Preis, denn bei diesen Collectibles ist halt häufig auch schon eine sehr hohe Editionzahl da. Unter anderem, ja, sind das auch häufig Collectibles, die von vielen Leuten also eher wertlos eingestuft werden. Dementsprechend, ich bin mal gespannt. Das Einzige, was mich persönlich so ein bisschen verwundert, ist der Thor, der God of Thunder, der hier wirklich mit 1.6376 Burns, ja, schon eigentlich relativ weit oben steht, nämlich auf Rang 5 und ja, Thor FA, ja, meiner Meinung nach absolut unterbewertet bis zum jetzigen Zeitpunkt nur. Aber ja, wenn man das gerne burnen möchte, soll man es tun. Und ich würde sagen, bleiben wir doch auch direkt nochmal bei den Infinity Steinen und zwar nämlich kommen wir zum Gauntlet Drop, dem Handschuh Drop und der wird nämlich am Samstag, dem 13. Mai um 17.00 Uhr in deutscher Zeit stattfinden und hier könnt ihr dann sozusagen die 5 Infinity Stones mit diesem Handschuh kombinieren. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Insgesamt müsst ihr euch natürlich auch erstmal den Handschuh kaufen. Das Ganze wird nämlich in einem Drop stattfinden. Insgesamt hier wirklich einen Listenpreis von 40 Gems und am Samstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit. Die Gesamtauflage hier für den Gauntlet wird 6.305 Stück betragen. Das Ganze wird eine Rare sein und natürlich auch eine First Edition. Für jeden, der sich das gerne einfach nur irgendwie in seinen Showroom stemmen möchte, ist das natürlich auch ein sehr, sehr cooler Accessoire. Ich persönlich habe auf jeden Fall auch schon überlegt, mir das tatsächlich zu holen und ansonsten gibt es natürlich dann, wie gesagt, hier noch diesen Gauntlet mit den Steinen dazu. Das Ganze wird dann so aussehen. Das Ganze wird dann animiert mit Sound sein und das Ganze werdet ihr dann sozusagen, wie gesagt, craften können. Das heißt, wenn ihr das craftet, dann wird das im Prinzip zu diesem hier und dann habt ihr die Chance, beziehungsweise nicht nur die Chance, sondern da habt ihr auch die Garantie auf den Airdrop von den beiden Talussen. Wenn ihr zum Beispiel eine Secret Rare Eye of Agamotto habt, dann bekommt ihr, wie gesagt, zwei. Ansonsten, wenn ihr nur das normale Eye of Agamotto, beziehungsweise Rare und auch, ich glaube, ankrammend war das, nehmt, dann bekommt ihr nur einen Airdrop, aber meiner Meinung nach immer noch trotzdem eine coole Sache. Und schreibt mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare, craftest du dir diesen Handschuh oder nicht? Ich persönlich bin da absolut nicht dabei. Ich werde das Ganze passen. Eventuell werde ich mir ihn irgendwann auf dem Marketplace holen, aber bis dahin werde ich auf jeden Fall erstmal abwarten. Als nächstes haben wir wieder auch einen Drop mit dabei und das Ganze ist nämlich der nächste Robocop Drop. Den sehen wir nämlich am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit auf Vivi und das Ganze wird auf jeden Fall hier einmal mit dieser Art von Modellen kommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es bei den Leuten ankommen wird. Für mich persönlich ist das definitiv kein Drop, den ich mitnehmen werde, aber du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, ob du den ganzen Drop mitnimmst oder auch nicht. Schauen wir uns als nächstes auf jeden Fall noch weitere Daten an und zwar hat uns ViviFox hier einmal wieder ein Market Update gegeben. Insgesamt hatten wir in der letzten Woche ungefähr 18.135 aktive User, das heißt, die mindestens eine Transaktion getätigt haben. Insgesamt gab es über 66.000 Transaktionen, insgesamt 10.000 Käufer und 12.000 Verkäufer. Das ist auf jeden Fall ganz schön ordentlich, aber wir sehen ja auch, die Käufer ziehen so langsam ein wenig nach. Unter anderem, was auch sehr interessant zu sehen ist, ist natürlich hier die Top 100 Liste von den größten Whales und hier habe ich einfach mal die letzten 30 Tage uns aufgerufen und hier sehen wir auf jeden Fall, dass so eine Netto-Akkumulation pro Tag im Prinzip hier wirklich von 500 in etwa durchschnittlich ist. Hier hatten wir teilweise sogar 1.500, knapp 1.600, aber man sieht insgesamt, wenn man sich mal die Wallets anschaut, wirklich teilweise Wallets hier, die in den letzten 30 Tagen über 4.000 Collectibles gesammelt haben oder hier auch zum Beispiel über 2.250 Collectibles, was wirklich der Hammer ist, muss man ernsthaft mal so sagen. Es gibt natürlich auch Leute, die hier ein bisschen mehr verkaufen, aber nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen sieht man auch, dass die Whales hier Netto auf jeden Fall immer noch weiter sehr stark am Akkumulieren sind, was meiner Meinung nach ein sehr gutes Zeichen ist, denn die Whales sind natürlich auch das, was Vivi ehrlicherweise auch so ein bisschen am Leben hält, denn das sind einfach die größten Abnehmer für viele Sachen. Dementsprechend hier haben die auch natürlich einen großen Einfluss. Einen großen Einfluss hat natürlich aber auch das Geld, was in Vivi reinkommt und hier sieht es tatsächlich die letzten Tage gar nicht mal so schlecht aus, beziehungsweise die letzte Woche. Wir haben das Ganze leider hier nämlich nur bis zum 6.05. Das ist natürlich jetzt hier an dieser Stelle 5 Tage, die dazwischen sind, wo wir einfach keine Daten haben. Nichtsdestotrotz sieht es aber hier schon deutlich besser aus. Wir haben hier wieder wirklich sehr viele Tage hintereinander mit über 100.000 Dollar pro Tag, was in die App fließt, was sehr, sehr gut ist, denn wir hatten hier wirklich teilweise Tage, wo wir sogar 40.000 Dollar nur in die App bekommen haben, was wirklich extrem wenig ist. Wenn man sich rückblickend das Ganze mal anschaut, hatten wir eigentlich immer über 100.000. Deswegen meiner Meinung nach hier auf jeden Fall erstmal ein sehr gutes Zeichen. Ich hoffe, dass es so weitergeht, denn das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf den Markt, beziehungsweise wie viel gekauft wird, beziehungsweise auch natürlich wie viel Liquidität bei den Leuten vorhanden ist, um Dinge natürlich auch zu kaufen auf dem Marketplace. Und das war es auf jeden Fall an dieser Stelle mit dem gesamten Video. Wenn dir diese Daten und auch das ganze Video hilfreich war, gib dir im ganzen Video sehr gerne ein Like. Das unterstützt meine Arbeit wirklich enorm. Und ansonsten wünsche ich dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, bitterguter Abend und auf jeden Fall dann ab morgen auch einen schönen Start ins Wochenende, beziehungsweise ab heute, weil ich das Ganze nämlich Donnerstag aufnehme und Freitag hochlade. Deswegen ein wunderschönes Wochenende jetzt und bis dann, euer Käpt'n. Ciao, ciao.